Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum 13. Türchen in meinen Adventskalender. Unglaublich, 13. Dezember schon. Ja, und euch erwartet heute eine Gelegenheitsstrategie in die Abenteuerspiel. Lasst euch mal überraschen, was es ist. Dann guckt euch jetzt das Video an. Baby, Baby. 20 Jahre lang, die erste Tower des Elementen stand stark gegen das Vöid und schlug den UrzPalm. Die Vögel verletzte Land wurde und hat angefangen zu erinnern. Der König will deine Hilfe in ihre Militärkampagne umzubilden, weil das Vöid zurückgezogen hat. Thus, you have agreed to aid your friend and ruler, as the Rainmaker. The game costs 14,99€ on Steam. The game is also positive, but I think for 15€ is that really hard. Also, it's hard. I don't know if I should really buy it for 15€, but I will give it to you. And you can make what you want with. And yeah. As you can see, I will give it to you. Bis dann! Euer Schrank